yo leute was geht und jetzt willkommen zu einem video und ja leute im heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz einfach und solo nach north yankton kommen könnt dafür müsst ihr euch einen job markieren einen link zum job werdet ihr in der video beschreibung finden der job geht aber nur für die playstation 4 und playstation 5 das ganze ist ein überlebenskampf das heißt das gebiet ist auch etwas eingegrenzt aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch dort auch frei bewegen ja entweder könnt ihr den überlebenskampf ganz normal spielen oder ihr macht einfach ein paar nette bilder vielleicht gibt es auch demnächst noch eine andere möglichkeit wie wir dann auf die komplette map zugreifen können in north yankton und da würde ich sagen also direkt los starten habt ihr euch den job markiert einmal geht er neu starten danach gehen wir einmal auf options online auf jobs job spielen markiert auf überlebenskämpfe und dort starten wir einmal den job im job angekommen könnt ihr euch jetzt noch das wetter aussuchen welches wetter ihr im job haben wollt anschließend den job dann starten und ja ist der job gestartet werdet ihr sehen dass wir jetzt hier in north yankton sind und ja wie gesagt entweder könnt ihr jetzt hier ganz normalen überlebenskampf spielen ein bisschen rp und geld farmen oder hier läuft einfach hier ein bisschen rum die map ein bisschen erkunden ein paar geile bilder machen und im jahr leute das war es auf jeden fall schon mit dem kleinen feinen video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau tschau